Willkommen zur Videoanleitung des Rechnungsprogramms Easy Firma 2 von WORX IT. In diesem Video werden die wichtigsten Funktionen zum Thema Covid-19 Steuerhilfegesetz Deutschland erklärt. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite auf www.works-it.com. Im Zuge der Covid-19-Pandemie wird in Deutschland die Umsatzsteuer vorübergehend gesenkt. Der Normalsteuersatz wurde von 19% auf 16%, der ermäßigte Steuersatz von 7% auf 5% verringert. Die Umsatzsteueranpassung können Sie ganz einfach auf Ihre Produkte anwenden. Grundsätzlich können Sie die vorübergehenden Änderungen am Steuersatz übernehmen, indem Sie in der Produktübersicht bei Umsatzsteueranpassung die Option Neue Sätze verwenden auswählen. Sobald die Senkung der Steuersätze wieder rückgängig gemacht wird, können Sie die Option Alte Sätze verwenden auswählen. Sie können den Vorteil der Steuersatzverringerung an sich selbst oder Ihre Kunden weitergeben. Das heißt, Sie können Ihre Produkte entweder zum selben Verkaufspreis anbieten, wodurch Sie einen höheren Umsatz erzielen, oder das Produkt bei einem unveränderten Umsatz günstiger anbieten. Dazu gehen Sie zuerst zu den Einstellungen und wählen den Unterpunkt Umsatzsteuer aus. Abhängig von der Preiswahl in Brutto oder Netto zeigen wir Ihnen nun, wie Sie die Änderungen der Steuersätze gezielt auf Ihre Produkte anwenden. Bitte beachten Sie, dass hier beide Möglichkeiten, zuerst die Verwendung von Bruttopreisen und anschließend die Verwendung von Nettopreisen, in diesem Video gezeigt werden. Haben Sie Bruttopreise ausgewählt, bedeutet das, dass der von Ihnen gesetzte Preis für ein Produkt den Gesamtpreis für einen Kunden darstellt. Falls Sie nun beispielsweise ein Produkt zum Bruttopreis von 1000 Euro anbieten, zahlt der Kunde 1000 Euro, wovon Sie die 1000 Euro abzüglich der Umsatzsteuer erhalten. Möchten Sie den Vorteil der Steuersatzverringerung für sich selbst in Anspruch nehmen, ändern Sie dazu einfach die Umsatzsteueranpassung. Der Kunde zahlt den gleichen Preis, es wird allerdings durch den neuen Steuersatz weniger davon abgezogen. Falls Sie den Vorteil der Steuersatzverringerung an den Kunden weitergeben möchten, müssen Sie zuerst unter Einstellungen im Unterpunkt Umsatzsteuer bei Preise die Auswahl von Brutto auf Netto ändern und speichern. Wenn Sie nun zur Produktübersicht gehen, sehen Sie sofort die Preisänderung des Produkts auf den Nettobetrag. Wählen Sie nun die Umsatzsteueranpassung für die neuen Steuersätze aus und gehen wieder zurück zu den Einstellungen, wo Sie bei Umsatzsteuer, Preise, die Auswahl wieder auf Brutto zurückstellen und speichern. Sie können nun in der Produktübersicht sehen, dass der Bruttopreis verringert wurde. Arbeiten Sie mit Nettopreisen, setzen Sie den Betrag fest, welchen Sie abzüglich der Umsatzsteuer für Ihre Produkte erhalten. Falls Sie nun beispielsweise ein Produkt zum Nettopreis von 1000 Euro anbieten, zahlt der Kunde zusätzlich zu den 1000 Euro noch die Umsatzsteuer. Möchten Sie nun den Vorteil der Steuersatzverringerung für sich selbst in Anspruch nehmen, müssen Sie zuerst unter Einstellungen im Unterpunkt Umsatzsteuer bei Preise die Auswahl von Netto auf Brutto ändern und speichern. Wenn Sie nun zur Produktübersicht gehen, sehen Sie sofort die Preisänderung des Produkts auf dem Bruttobetrag. Wählen Sie nun die Umsatzsteueranpassung für die neuen Steuersätze aus und gehen wieder zurück zu den Einstellungen, wo Sie bei Umsatzsteuer Preise die Auswahl wieder auf Netto zurückstellen und speichern. Sie können nun in der Produktübersicht sehen, dass der Nettopreis erhöht wurde. Falls Sie den Vorteil der Steuersatzverringerung an den Kunden weitergeben möchten, ändern Sie dazu einfach die Umsatzsteueranpassung. Der Kunde zahlt den gleichen Nettopreis, der Gesamtpreis wird allerdings durch den neuen Steuersatz verringert. Wir hoffen, das Video konnte Ihnen zum Thema Covid-19 Steuerhilfegesetz Deutschland weiterhelfen und wünschen Ihnen noch viel Erfolg mit Easyfirma 2. Bei Fragen und weiteren Informationen besuchen Sie unsere Homepage auf www.worx-it.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.